Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als Gemeinschaft fremd tot. Himmler als die Lübeck. Die Westmächten haben ein Kapitulationsangebot gemacht, der Grafen bei Radotte. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Headshot... Headshot... Höchst der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Äh! Höchst der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020